Hallo Leute, hier ist wieder euer Lord Hakune und diesmal mit einem neuen Modern Warfare 2 Live Commentary. Das alte ist ja recht gut angekommen, von da hab ich mir gedacht, mach ich mal ein paar und hab jetzt schon 8 Stück oder so. Die werde ich noch alle rendern und dann werden die im Laufe der Woche, denke ich mal, kommen. Also ihr könnt euch wieder ein bisschen über MW2 freuen. Sind auch ein paar gute Gameplays dabei, muss ich sagen. Ähm, ja, in diesem Gameplay, also in diesem Live Commentary, rede ich mal etwas über das Kommentiere ist. Da hab ich halt, eigentlich wollte ich die Auflösung am Dienstag machen, hier war einer. Ähm, ja, aber ich hatte leider keine Zeit dazu und hab mich dann nochmal mit Assets und Stifler besprochen. Und wir sind dann zu dem Entschluss gekommen, dass der Krylux HD gewonnen hat. Ähm, zu Recht vor allem auch, ah scheiße, ja. Ja, ihr seid auf jeden Fall zu Recht gewonnen. Ich werde ihn auf jeden Fall auch abonnieren, weil mir seine Videos, also sein Stil gefällt mir auch. Der ist zwar so, so ein bisschen wie meiner, aber ich meine, ich feiere mich ja auch selber, von daher geht das in Ordnung. Aber ich denke mal, einige von euch, so 1000, 2000 Leute sollten vielleicht mal rüber gehen und den Jungen auch abonnieren. Weil er das auf jeden Fall verdient hat, der gerade mal, na komm, ich weiß gar nicht wie viel der hat, aber er hat auf jeden Fall nicht viele Abonnenten. Vielleicht so 500, 600, 500, sowas um den Dreh. Shit. So, ja, jedenfalls geht mal auf Krylux HDs Kanal, ihr seht die, äh, der, der Dingens hier. Abonnieren! Ach scheiße. Ah, gut. Ja, äh, abonniert ihr auf jeden Fall. Den Link findet ihr zu seinem Kanal in der Beschreibung. Schaut euch auf jeden Fall auch mal seine Videos an. Also nicht einfach nur blind abonnieren, sondern guckt doch, ob er euch gefällt. Und wenn ja, dann solltet ihr es auf jeden Fall tun. Ich finde aber auch alle drei Teilnehmer von King of the Web, äh, King of the Web, was labere ich hier eigentlich? Von, na komm, von, wie heißt die? Kommentierer heißt das, was ich gemacht habe. So, Mann, bin ich verwirrt. Ja, waren diesmal alle drei, äh, ziemlich gut. Also wir hatten noch mehr als drei gute Teilnehmer, aber die drei, die halt weitergekommen sind, waren alle drei gut. Ja, von daher, ich werde auch, glaube ich, den Arroyal Gaming abonnieren, weil der hat mir auch, hat mir auch ziemlich gefallen, seine Commentaries, beziehungsweise seine Kommentierweise. Und bei TK ist es ja so, dass der wirklich, die, also die Idee, die er jetzt zu dem Video hatte, was er eingereicht hatte, sag ich mal, das war jetzt mehr so ein, das, ich fand, das war mehr so eine, so eine geopferte Aktion, ja, das, also, dass er jetzt nicht ein Opfer ist, sondern dass er halt, äh, zeigt, dass er hier nicht mitmacht, um zu gewinnen, sondern, dass er halt auch mitmacht, um Spaß, weil er Spaß dran hat und weil's, weil's ihm halt Spaß macht. Deswegen hat er da das Kommentar gemacht, zu seiner Größe und zu diesem Thema, ähm, natürlich klar, dass das nicht so interessant ist oder nicht so schön anzusehen ist, wie, keine Ahnung, wie so ein lustiges, ironisches Commentary. Äh, trotzdem, waren natürlich, waren alles, alles drei gute Videos, ich kann natürlich jetzt nicht anständig reden hier. Weil, der scheiß Payflow arschlaut ist und ich glaube, bin noch gar nicht gestorben, nein, bin ich nicht, 24.0. Und ich bin tot, nein, doch nicht, gut, 25.0. Ist live, ne, das ist nicht schlecht. Wenn ich jetzt noch sterbe, werde ich aggressiv. No, so, schade. Na, da kommt doch wieder einer, oder? Verdammt, bin ich gut. Oh, shit. Unten, auf jeden Fall einer. Ah, wo geht er lang? Rechts. Jetzt geht da die Treppe hoch. Nein, da auch nicht, doch. So, einen noch. Und da ist das, 30.0 Live-Commentary. Joa, ist nicht schlecht. War natürlich jetzt ein bisschen defensiver gespielt, aber, mein Gott, ich darf das. Ich bin 10. Precise, Level 70. Ich darf das. Joa, äh, wie gesagt, schaut bei dem auf jeden Fall vorbei und, ähm, ja, haut rein. Übrigens, äh, ihr könnt, wenn ihr wollt, noch bei der AskFM-Seite von mir vorbeischauen, wenn mir richtig langweilig ist, beantworte ich da ein paar Fragen. Äh, Facebook weiß ich noch nicht genau, ob ich da nochmal irgendwas mache, mäßig. Ansonsten, ja, schaut in die Videobeschreibung, da gibt's noch ein paar lustige Links und klickt mal drauf und Geld. So, ihr wisst Bescheid. Haut rein, ciao. So, ihr wisst Bescheid.